Musik Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Oh, jo, jo, jo So, nicht mein Herr Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rives Adventures Und heute müssen wir jetzt erstmal flüchten vor dem Gesetze Und dann geht es gleich Oh Sei da wahnsinnig hier oder was Oh Jetzt sollte ich mich wirklich beeilen So, also wir sehen uns Heute gibt es wieder mal GTA 5 Den Story Modus Das war jetzt alles ein bisschen stressig hier Aber wir haben das schon im Griff Ach, scheiße, jetzt haben sie mich wieder Ich hab auch ein komplettes Scheißauto hier Das Problem ist nur, ich kann jetzt gerade nicht den Charakter wechseln Sprich, ich muss die Sterne so los werden Scheiße, sie haben mich schon wieder Okay, jetzt haben wir es aber gleich Ich hab nämlich eine Idee, wo ich hinfahre Okay, das war eine Scheißidee Da wollte ich nämlich eigentlich rein Okay, sie ist hier noch hinter mir Scheiße So, was ist jetzt los hier rum? Können wir hier noch Nein, scheiße Oh, fuck Äh, ich glaube der schnellste Weg runter ist hier Auf die drauf gefallen, geil Na los, na los, na los, na los Schnell, ihr Auto hier Oh, endlich raus aus dem Radius von den Bitches hier Oh, ist das angenehm Gut, die Sterne sind weg Ich zieh mir erstmal die Mütze hier auf Wobei, eigentlich, nee Mach das Dach wieder auf Was war das wieder für ein geiler Kommentar von Michael I see some bad drivers but you Der, der Kommentar war nicht schlecht Der könnte man wieder mal zitieren hier Hammer Michael So, wie auch immer, wir fahren zu Devin Weston Denn das ist eine der wenigen Missionen, die wir momentan machen können Können schon mal besser fahren, glaube ich So, los geht's Gas, 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 Gas Oh, hier rechts müssen wir noch rein Hat Devin ein neues Auto oder was Oh, ich sehe einen Adder Das freut den Ralf Denn der Adder ist ein sehr schönes Auto Und Trevor ist auch da Mmm, was geht's? Was geht's? Du wirst dich als Traffik, Cops Und du wirst zwei Trust Fund Kinder, die ich weiß, und sehr intensiv Oh, warum? Wir können einen guten Preis für die Fahrzeuge in Asia Look, complete die Arbeit Du wirst alle gut gebeten Du wirst schon bald, Schugertits Ja So, was geht's? Oh, oh, oh Du, endlich hast du kennenzulernen Dein Kind und wirst dich als ein Geist Mr. Weston's research team Suggests die zwei Jungs like to ride on the Sonora Freeway Hey, you two get going Oh, let's go tea Oh, you, let's go tea Oh, I don't know if this shit is foamy on me My life's already way to fuck out of control Alright, look I'm a Darwinist brother, alright Some prosper and some struggle Now are you out of your goddamn mind? This is your lucky break Choose Now are you gonna do this Or have you simply found your level in life Doch nicht, dass der jetzt mit dem Adder wegfährt Nein, ich wollte den nehmen Fick dich Arschloch Ja, wir das Auto werden wir nehmen Wir haben eh nur einen, du Idiot Ach Gott Weil der andere ist scheiße Dann begeben wir uns halt mal zur Dankstelle Mit unserem Maserati Das ist eindeutig Ist das ein Maserati? Ja, das ist eindeutig ein Maserati, ne? Ja, das ist eindeutig ein Maserati Wenn dat kein Maserati ist, dann bin ich ein Chinesen Äh, nix gegen Chinesen So Einmal rechts Oh Ja, die sind jetzt eh Verkehrspolizisten Ich hoffe, dat lässt sich dann so regeln, ne? Ui Idiot So Hier müssen wir nach links, hab ich gesehen Auf der Map Wo fahr ich denn, ey? Was hier? Ne, ich wollte schon sagen Au Längs, okay Ah, wir sollen auf den Freeway Unter Umständen müssen wir die jetzt entweder einglauben Die anderen Leute Einglauben vor allem Wie schaut das Auto eigentlich innen aus? Oh, sehr schön Das ist auch wieder ein sehr realistischer Tacho Laut dem Tacho fahren wir jetzt hier mit 80 Meilen Und überholen aber gerade so den LKW Ui 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 Oh nein, dat war einer zu viel So Aber das Auto Das geht nicht schlecht, ne? Muss ich sagen Das hat ordentlich Druck Aber jetzt sind wir hier auf der Freeway Mal gucken, was wir jetzt hier tun sollen Ich weiß es noch nicht ganz 1,8 Kilometer sind es ja noch Also Ich weiß nicht Schauen wir mal Und Franklin überholt natürlich rechts Am Pannelschreiben Wie soll es anders sein? Oh, was ist mit Michael jetzt hier? So, was sollen wir machen? Wir sollen die ein bisschen jagen, so Finde ich gut Oh, das war schon mal knapp jetzt hier Aber hier scheint ein Gunstore zu sein Oh, ne Tanke Okay Okay, die sind also auf Äh, mit Autos unterwegs Ich soll ein Rennen gegen die anderen Wagen fahren Ja geil Mit dem Wagen hier Da kann ich ja überhaupt keine Meter Die haben wir schon Was sag ich Weil sie nicht fahren können Deshalb Oh ja, genau Die Spezialfähigkeit Habe ich ja komplett vergessen Die könnte mir jetzt Einige gute Dienste erweisen Ähm, wäre ich jetzt auch nicht Gerade gegen die beiden gefahren Gegen die beiden LKWs Dann hätte ich tatsächlich Auch noch mehr Chancen Das muss man jetzt mal so sagen Ui Ich liebe Franklins Spezialfähigkeit Habe ich das schon mal gesagt Alter ist das schnell Alter ist das schnell Aber ich komme nicht ganz ran Also ich komme sehr nah ran Aber ich So komplett schaffe ich sie nicht Der Tacho sagt 100 Meilen die Stunde Da war eigentlich ein Viech auf der Straße Ich drücke den Gashebel echt komplett durch Also den Gashebel, ne Die rechte hintere Taste An meinem Controller natürlich Ah, es schaut ziemlich stockend aus Wie die hier durchfahren Aber okay, passt schon So, jetzt werden die uns ja wohl Irgendwo hier mal aufhalten Oder nicht Wie die einfach bis jetzt Überhaupt nichts juckt So Okay, geil Junge, schalt doch Was hat denn der für eine Automatik So Vorhin gezogen Sehr schön Michael rufen wir an Okay, was sollen wir jetzt machen Ja, boll Oh Ja, geil Aber Jawohl Alter Diese Highlights haben echt nichts drauf Wobei Na, so schlecht gehen sie gar nicht Ja, besser gesagt Das getan, ne Oder leichter gesagt Das getan Ah Allerdings Aber es fährt auch echt Überhaupt niemand zur Seite Wenn du hier als Polizei ankommst Ne Aber wir kommen näher Wie wir einfach hier fett auf den Mittelstreifen Dahin brennen Ja, also Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist halt einfach direkt in das Viech rein und ich hab mir gedacht, soll ich's machen? Aber dann dachte ich mir, nee, lieber nicht. Warum ist T eigentlich vor uns? San Andreas Highway Patrol. Cool, stop your vehicles now. Ah, it's how many by an ass guy in here. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. Heh heh. You know how fast you were going? See, I don't know, officer. I, uh, try to keep it under the limit. Ha ha. You and your boys look like you were drag racing from where we are, sitting there. So, uh, why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey. Hey, hey, hey. What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick. You, you little shit. Get the fuck out of here. Gone. Ha ha ha. Okay, wait, 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 wait. Trevor? No, wait, 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 wait. socialist. I know that voice. You're that Johnson's Johnson. Molly Schultz, senior vice president and general counsel to Devin Weston's holding company, if that's what you mean. Ah. Keep talking. I'm enjoying this. Let's assume you're talking about the car. Bring them to Hayes Auto. Little Big Horn in South LS. Mr. Weston and I will meet you there. Don't hang up. I think I love you. Trav, this isn't job. Ah, he'll do it. Oh, yeah. Oh, I just passed my phone. So, thanks, dawg. After all the crap we've been through, man, you got me right back where I'll be at anyway. Können wir auf Trevor wechseln? Geht das? Oh, schade. 5,4 Kilometer. Alter, was soll denn die Scheiße hier? Die Folge wird doch zu lang. Huh? Wow. Schnau... äh, wir machen unser Self-Radio an hier. Ich weiß nicht mehr, wenn ich die langsamere Karate stelle. Ah, da ist der Psychiater von Michael zuhause irgendwo, ne? Hält aber ziemlich gut, der Wagen hier, muss ich sagen. Nicht übel. Ah, ich hab natürlich die Spezialfähigkeit nicht. Schade. Idiot. Ah, das war jetzt dumm. What do you mean? Like, how am I gonna beat your hands in this race? Oh, worry, I'm taking care of that. I mean, is it just the smell of green? Or is there some other thing with this guy and you? You know, it feels funky. Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, but not the girl. I saw her first. No, get too creepy, alright? She's a professional woman, who's doing a job. Ich bin falsch gefahren, verpisst euch. Not on my watch. I'm serious. Both of you, back off her. Ah. Trevor, wie fährst du denn? Ich bin ja komplett verbeifahren. Natürlich. Oh nein. Nein. Und wenn das Ganze hier mit Franklin wäre, wäre es auch easier. Aber die anderen sind jetzt einfach schon da, weil ich komplette Scheiße gefahren bin. Oh nein, was ist jetzt los? Oh, ich dachte schon. Es ist auf einmal alles hängen geblieben. Schrecklich. So, wir sind aber gleich da. Woah! Ah, ich wusste, dass sowas wieder kommen wird. Ah, der passt schon noch. Das ist super. Aber... Trevor ist mit dem Wagen gefahren. Was erwartet ihr euch, ey? Woah! Wie knapp war denn das bitte jetzt an dem Typen vorbei? Aber Trevor ist natürlich als erstes da, geil. Ha! Schön, Frankie Boy. Schön. Das ist ein Mann. Bad Männern. Ich liebe euch alle. Oh Gott, das wird fantastisch. Ein Kind und 2 kreate olden Kreeze. Wer hätte das gedacht? Gentlemen, verwendet die Luftgeier. Hey! Gib mir! 5, 5, 5 und 5! Oh! Hey! Schreie dich. Harte, ribide. Boom! Na, komm man. Du hast das fucking Karte? Abso fucking little. Look! Du habon gewonnen, du gehst, du hast die Karte. Aber! Der Markt war für 5 Fahrze. Wenn ich nicht meine, das�� galle nur zwei. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion, a work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. All right, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-Type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael. I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Ach, wir brauchen jetzt hier gar nichts machen, oder was? Michael, er ist jetzt freigestellt, oder wie? Ah, scheint zumindest so, ne? Ist jetzt hier ein Auto, oder so? Gegen das Gesetz. Durchgequetscht, ja. Bus überholt, nein. Dem Anführer nach, äh, nein. Missionszeit 1453, nein. Aber immerhin silber, also ganz nett. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui denn nicht. Wir sehen uns morgen bei einer neuen Folge von GTA-Find. Wieder haut rein. Bis morgen. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.